Stell dir vor, stell dir Geister, Götter und Teufel vor, stell dir Höllen und Himmel vor, Städte, die im Himmel schweben und Städte, die versunken sind im Meer, Einhörner und Zentauren, Hexen, Zauberer, Djinns und Totenvögel, Engel und Tapien, Zauberformeln und Beschwörungen, Naturgeister, Hausgeister und Dämonen. Es ist nicht schwer, sich das alles vorzustellen. Die Menschheit hat ja Tausende daran geglaubt. Stell dir Raumschiffe vor und die Zukunft. Es ist nicht schwer, sie sich vorzustellen. Die Zukunft kommt schon heran und es wird Raumschiffe in ihr geben. Gibt es überhaupt etwas, was man sich schwer vorstellen kann? Natürlich. Stell dir ein Stück Materie vor und dich darinnen, bewusst, denkend und deshalb mit dem Wissen, dass es dich gibt, imstande dieses Stück Materie, in dem du drinsteckst, zu bewegen, es schlafen, lieben oder bergauf gehen zu lassen. Stell dir ein Universum vor, unendlich oder nicht, wie du es dir eben ausmalen willst, mit einer Milliarde, Milliarden, Milliarden Sonnen darin. Stell dir ein Dreckklümpchen vor, das wie irrsinnig um eine dieser Sonnen herumrast. Und stell dir vor, dass du auf diesem Dreckklümpchen stehst, dass du mit ihm rast, rasend durch Zeit und Raum an einen unbekannten Bestimmungsort. Stell dir das vor. Albtraum in Gelb. Er erwachte, als der Wecker schrillte, aber er blieb noch eine Weile im Bett, nachdem er ihn abgestellt hatte und durchdachte ein letztes Mal die Pläne. Unterschlagung und Mord. Jedes kleinste Detail war ausgearbeitet, nun galt es eine letzte Überprüfung. Heute Abend, eine Minute nach Viertelneun war er frei, in jeder Hinsicht. Er hatte diesen Augenblick gewählt, da heute sein 40. Geburtstag war und da dies die genaue Stunde seiner Geburt war. Seine Mutter hatte fanatisch an die Astrologie geglaubt und das war auch der Grund dafür, dass ihm seine Geburtsstunde so genau eingeprägt worden war. Er selbst hielt nicht viel davon, aber es war ihm sehr heiter erschienen, sein neues Leben mit 40 beginnen zu lassen, auf die Minute genau. Er war ins Gedränge geraten, in jeder Hinsicht. Als Grundstücksanwalt war viel Geld durch seine Hände gegangen und einiges war daran kleben geblieben. Vor einem Jahr hatte er 5000 Dollar geborgt, die er in eine Sache stecken wollte, eine todsichere Sache, so schien es, die den doppelten und dreifachen Einsatz bringen musste, die ihn aber stattdessen um alles gebracht hatte. Mehr geborgt, um damit am Spieltisch oder auf andere Weise den Verlust hereinzubringen. Jetzt fehlten ihm mehr als 30.000. Der Fehlbetrag konnte nur noch ein paar weitere Monate verhehlt werden und es bestand keinerlei Hoffnung, dass er die Summe bis dahin ersetzen konnte. So hatte er alles Bargeld zusammengekratzt, das er auftreiben konnte, ohne Verdacht zu erregen, indem er diverse Guthaben sorgfältig flüssig gemacht hatte. Heute Nachmittag würde er mehr als 100.000 Dollar für die Flucht haben, genug für den Rest seines Lebens. Sie würden ihn niemals kriegen, er hatte jedes Detail der Flucht geplant, den Bestimmungsort, seine neue Identität, alles narrensicher. Er hatte sich monatelang damit beschäftigt. Der Entschluss, seine Frau umzubringen, war mehr oder weniger ein Zusatzeinfall gewesen. Das Motiv war einfach. Er hasste sie. Aber erst, als er sich vorgenommen hatte, sich niemals ins Gefängnis sperren zu lassen, sich lieber umzubringen, wenn man ihm jemals auf die Spur kam, überfiel ihn der Einfall, nachdem er ja im Falle der Entdeckung ohnehin sterben würde, dass er eigentlich nichts zu verlieren hätte, wenn er eine tote Ehehälfte zurückließ, statt einer lebendigen. Er hatte sich nur mit Mühe das Lachen verbeißen können über das ach so passende Geburtstagsgeschenk, das sie ihm gegeben hatte, gestern am Vorabend, einen neuen Koffer. Sie überredete ihn auch dazu, seinen Geburtstag zu feiern, indem er sich mit ihr um sieben in der Stadt zum Essen traf. Wie wenig sie doch ahnte, wie die Feier danach weitergehen würde. Er beabsichtigte mit ihr, eine Minute nach viertelneun zu Hause zu sein und seinem Schicklichkeitsgefühl dadurch Rechnung zu tragen, dass er sich in genau demselben Augenblick zum Witwer machte. Es lag übrigens auch ein praktischer Vorteil darin, sie tot zurückzulassen. Wenn er sie lebend, aber schlafend zurückließ, würde sie ahnen, was los war und die Polizei alarmieren, wenn sie am Morgen sein leeres Bett sah. Hinterließ er dagegen ihre Leiche, so würde man diese nicht so bald entdecken, möglicherweise erst nach zwei oder drei Tagen und er hatte einen weitaus besseren Start. Im Büro ging's glatt. Als er wegging, um seine Frau abzuholen, war alles bereit, aber sie ließ sich Zeit mit dem Drink und mit dem Essen und er fing an, in Sorge zu geraten, ob er sie bis eine Minute nach viertelneun nach Hause bringen würde. Er wusste, es war lächerlich, aber es schien plötzlich wichtig, dass ein Augenblick der Freiheit gerade dann kommen sollte und keine Minute früher oder später. Er behielt seine Armbanduhr im Auge. Er würde den Zeitpunkt um eine halbe Minute verfehlt haben, wenn er gewartet hätte, bis sie im Haus waren. Aber das Dunkel unter dem Vordach bot völlige Sicherheit ebenso wie im Haus selbst. Er führte mit dem Totschläger einen einzigen fürchterlichen Hieb, als sie schräg vor ihm stand und darauf wartete, dass er aufsperrte. Er fing sie auf, bevor sie zu Boden glitt und es gelang ihm, sie mit einem Arm in aufrechter Stellung zu halten, während er öffnete und die Tür dann von innen wieder schloss. Dann knipste er den Lichtschalter an und gelbes Licht sprang in den Raum. Und bevor sie noch sehen konnten, dass seine Frau tot war und dass er sie aufrecht hielt, brüllten alle versammelten Gäste der Geburtstagsfeier aus Leibeskräften. Überraschung! Zurückgegeben. Die Macht kam Larry Snell plötzlich und unerwartet aus dem Nirgendwoher. Wie und weshalb sie ihm zuteil wurde, erfuhr er niemals. Sie kam. Das ist alles. Es hätte einem netteren Kerl widerfahren können. Snell war ein kleiner Gauner, der in Aktion trat, wenn ihm schien, dass sich etwas ungestraft stehlen ließ. Den größten Teil seines Einkommens erzielte er allerdings aus dem Verkauf von Losen für Schwindellotterien und aus dem Vertrieb von Marihuana an Jugendliche. Er war dicklich und schmierig, besaß kleine, dicht beieinanderliegende Augen, die ihn fast so gemein aussehen ließen, wie er wirklich war. Zu seinen Gunsten wirkte einzig Feigheit. Sie hielt ihn davon ab, Gewalttaten zu begehen. Er sprach an jenem Abend gerade von einer Wirtshaustelefonzelle aus mit einem Buchmacher, mit dem er über die telefonische Platzierung einer Wette am Nachmittag stritt. Schließlich hatte er es satt, knurrte, der Schlag soll dich treffen und knallte den Hörer in die Gabel. Er dachte sich nichts weiter dabei, bis am nächsten Tag, als er erfuhr, dass den Buchmacher tatsächlich der Schlag getroffen hatte, während er telefonierte und gerade um die Zeit ihres Gesprächs. Stoff zum Nachdenken für Larry Snell. Er war nicht ungebildet, wusste, was Voodoo-Zauber war. Ja, hatte selbst schon welchen versucht, wenn's auch nie funktioniert hatte. Sorgfältig stellte er sich eine Liste von zwanzig Leuten zusammen, die er hasste, aus dem oder jenem Grund. Er rief jeden Einzelnen an, verteilte die Anrufe über den Zeitraum einer Woche und sagte jedem von ihnen, der Schlag möge ihn treffen. Er traf sie. Alle. Und erst nach Ablauf dieser Woche entdeckte er, dass das, was er nun besaß, nicht bloß schwarze Magie oder Voodoo war, sondern die Macht. Er unterhielt sich mit einem Klasseweib, einem Weltklasseweib, die in einem tollen Nachtclub auftrat und zwanzig oder vierzig Mal so viel verdiente wie er und sagte zu ihr, Liebling, komm doch zu mir rauf nach deinem letzten Auftritt, ja? Und sie kam. Und er war außer sich, weil er nur Spaß gemacht hatte. Reiche Männer und hübsche Playboys stellten ihr nach und sie war nur auf eine nebenbei gemachte, nicht einmal ernst gemeinte Aufforderung von Larry gekommen. Besaß er die Macht? Er versuchte es andern Tags, bevor sie wegging. Er fragte sie, wie viel Geld sie bei sich habe und sagte er dann, sie solle es ihm geben. Sie tat's und es waren mehrere hundert Dollar. Damit war er im Geschäft. Eine Woche später war er reich. Einfach dadurch, dass er sich von jedem, den er kannte, Geld ausborgte, einschließlich Flüchtiger, Bekannter, die ganz schön hohe Ränge in der Unterwelt einnahmen und deshalb gut bei Kasse waren, um ihnen dann zu sagen, sie sollten es vergessen. Er zog aus seinem schäbigen Hotelzimmer in eine Zimmerflucht mit Sonnenterrasse im obersten Stockwerk des besten Hotels der Stadt. Es war ein Junggesellen-Apartment, aber es versteht sich von selbst, dass er dort nur selten allein schlief. Es war ein schönes Leben, aber selbst unter diesen Umständen brauchte Snell nur ein paar Wochen, bis ihm dämmerte, dass er die Macht vergeudete. Warum, was er besaß, nicht wirklich gebrauchen, indem er erst die USA und dann die Welt übernahm, um sich damit zum mächtigsten Diktator aller Zeiten aufzuschwingen? Warum sollte er nicht alles benutzen und besitzen, einschließlich eines Harems anstelle einer Dame pro Abend? Weshalb nicht eine Armee, die dafür sorgte, dass sein leisester Wunsch für jedermann oberstes Gesetz wurde? Wenn seine Befehle übers Telefon befolgt wurden, dann sicher auch über Radio und Fernsehen. Alles, was er zu tun hatte, war, ein großes Netz von Stationen zu mieten. Mieten? Einfach Beschlagnahmen, sodass ihn jedermann überall hörte. Oder fast ein jeder. Er konnte die Macht ergreifen, wenn er die einfache Mehrheit hinter sich hatte und die anderen später gleichschalten. Das würde eine Großaktion sein, die größte Großaktion aller Zeiten und er beschloss, sich mit der Planung Zeit zu lassen, um jede Fehlerquelle auszuschalten. Er wollte ein paar Tage auf dem Lande in der Abgeschiedenheit allein verbringen, um seine Pläne auszuarbeiten. Er mietete ein Flugzeug und ließ sich an einen wenig besuchten Teil der Catskill Mountains bringen und von einem Gasthaus aus, das er an sich riss, indem er die anderen Gäste einfach fortschickte, unternahm er lange und einsame Spaziergänge und dachte und träumte dabei. Er fand einen Lieblingsplatz, einen kleinen Hügel in einem Tal, das rings von Bergen umgeben war. Der Rundblick war dort prachtvoll. Dort dachte er meist nach und steigerte sich mehr und mehr in Erhabenheit und Vollgefühl, als er sich klar darüber wurde, dass es gelingen konnte und gelingen würde. Diktator zum Teufel? Er würde sich zum Kaiser krönen. Weltkaiser! Warum nicht? Wer konnte einem Mann widerstehen, der die Macht besaß? Die Macht, jeden zum Gehorsam zu zwingen, in jedem Befehl, den er erteilte, bis und einschließlich... Der Schlag soll dich treffen! schrie er auf der Hügelkuppe in bloßem leidenschaftlichen Überschwang, unbekümmert darum, ob irgendwer oder irgendwas in Reichweite seiner Stimme war oder nicht. Zwei Teenager, ein Bub und ein Mädel, fanden ihn dort am anderen Tag und liefen ins Dorf, berichteten, sie hätten auf der Kuppe des Echohügels einen Toten gefunden. Albtraum in Grau. Er wachte auf und fühlte sich wunderbar, denn die helle Sonne schien warm auf ihn und die Luft war voller Frühling. Er war eingenickt, vor weniger als einer halben Stunde, wie ihm klar wurde, denn die Schatten waren in der Zwischenzeit nur wenig weiter gewandert. Der Schlaf hatte ihn auf der Parkbank überrascht, auf der er immer noch saß. Der Park war in seinem Frühlingsgrün wunderschön. Es ist weicher als das des Sommers, es war ein herrlicher Tag und er war jung und verliebt, bis über beide Ohren wahnsinnig verliebt und glücklich. Erst gestern, Samstagabend, hatte er Susan seinen Antrag gemacht und sie hatte ihn angenommen. Das heißt, es war kein ausdrückliches Ja gewesen, doch er war für diesen Nachmittag zu ihr nach Hause, zur Familie eingeladen. Und sie hatte gemeint, er würde sie, die Familie, und sie würden ihn mögen, so wie sie, Susan, ihn liebte. Wenn das nicht ein Ja-Wort war, was dann? Bei ihnen beiden war es beinahe lieber auf den ersten Blick gewesen. Süße, kleine Susan, mit ihrem weichen, braunen Haar, der schelmischen kleinen Nase, mit einer Anspielung von Sommersprossen und großen, warmen, braunen Augen. Es gab nichts Wundervolleres für ihn, es konnte für niemanden etwas Wunderbareres geben. Es war jetzt hoher Nachmittag, gerade die Zeit, für die ihn Susan eingeladen hatte. Er hob sich von der Bank und gähnte voll Genuss, er streckte sich, um seine vom Schlaf erstarrten Muskeln zu lockern. Dann trat er seinen Weg an, die paar Häuserblocks weit von dem Park, wo er die Zeit totgeschlagen, bis zu dem Haus, zu dem er sie am Vorabend begleitet hatte. Ein kurzer Spaziergang durch hellen Sonnenschein und Frühling. Er stieg stufenempor und klopfte an die Tür. Es wurde geöffnet und eine Sekunde lang, meinte er, Susan selbst stünde vor ihm. Doch das Mädchen sah nur fast so aus wie sie, vermutlich ihre Schwester. Sie hatte erwähnt, sie hätte eine Schwester nur um ein Jahr älter als sie selbst. Er verbeugte sich, nannte seinen Namen und fragte nach Susan. Es schien ihm, als betrachte ihn das Mädchen einen Augenblick mit sonderbarem Ausdruck. Dann sagte sie, kommen Sie bitte herein, Susan ist im Moment nicht da, aber wenn Sie bitte so lange im Wohnzimmer warten würden. Er wartete also im Wohnzimmer. Dann hörte er die Stimme, die des Mädchens, das ihm geöffnet hatte. Sie sprach im Vorzimmer draußen und er erhob sich in begreiflicher Neugier und ging zur Tür, um zu horchen. Sie schien zu telefonieren. Harry, bitte komm sofort nach Haus und bring den Doktor mit. Ja, Großvater. Nein, diesmal ist es kein Herzanfall. Amnesie. Wie neulich, als er geglaubt hat, Großmutter wäre noch. Nein, nicht senile Demenzia. Harry, nur Amnesie. Aber diesmal ist es Ärger. 50 Jahre zurück. Seine Erinnerung hat ausgesetzt. Bis auf die Zeit, ehe er noch Großmutter geheiratet hatte. Plötzlich alt, in 50 Sekunden, um 50 Jahre gealtert, weinte er lautlos, an die Tür gelehnt. Voodoo. Mr. Deckers Gattin war gerade von einer Reise nach Haidi zurückgekehrt. Von einer Reise, die sie allein unternommen hatte. Es sollte eine gewisse Abkühlung geschaffen werden, bevor man sich über eine Scheidung unterhielt. Es hatte nicht funktioniert. Keiner von beiden hatte sich im geringsten abgekühlt. Stattdessen zeigte sich nun, dass sie einander mehr denn je hassten. Die Hälfte, sagte Mrs. Decker entschlossen. Ich werde mich auf weniger als die Hälfte des Geldes und den halben Besitz nicht einlassen. Lächerlich, knurrte Mr. Decker. So, ich könnte alles bekommen, weißt du das? Und ganz leicht obendrein. Ich habe in Haidi Voodoo gelernt. Fauler Zauber, sagte Mr. Decker. Ist es nicht. Und du solltest froh sein, dass ich eine gute Frau bin, denn ich könnte dich ganz leicht um die Ecke bringen, wenn ich wollte. Dann hätte ich das ganze Geld und den ganzen Grundbesitz ohne jegliche Furcht vor den Folgen. Tod durch Voodoo Zauber ist von Tod durch Herzschlag nicht zu unterscheiden. Stumpfsinn, knurrte Mr. Decker. So, meinst du? Ich habe Wachs, und eine Hutnadel. Wenn du mir ein oder zwei ganz kleine Habeschel gibst oder was von einem abgeschnittenen Fingernagel, das ist alles, was ich dazu brauche. Soll ich es dir zeigen? Stumpfsinn, knurrte Mr. Decker. Warum hast du dann Angst und lässt es mich nicht versuchen? Ich weiß, dass es geht. Deshalb mache ich dir einen Vorschlag. Wenn du daran nicht stirbst, willige ich in die Entscheidung ein und verlange keinen Groschen. Wenn ja, kriege ich automatisch alles. Einverstanden, sagte Mr. Decker. Hol dein Wachs und deine Hutnadel. Er sah auf seine Fingernägel. Ziemlich kurz. Ich gebe dir ein paar Haare. Als er mit ein paar kurzen Haarsträhnen im Deckel eines Aspirinfläschchens zurückkam, hatte Mrs. Decker bereits angefangen, das Wachs weich zu machen. Sie knetete seine Haare hinein und formte dann daraus das plumpe Ebenbild einer menschlichen Gestalt. Es wird dir leid tun, sagte sie und stieß der Wachsfigur die Hutnadel in die Brust. Mr. Decker war überrascht, aber mehr angenehm als unangenehm. Er hatte nicht an Voodoo geglaubt, aber als vorsichtiger Mann ließ er sich nie auf etwas ein. Außerdem war es ihm immer auf die Nerven gegangen, dass seine Frau so selten ihre Haarbürste auskämmte. Rotbart Sie war geängstigt, zutiefst von Furcht erfüllt, seit dem Tage, an dem sie ihr Vater mit dem sonderbaren großen Mann mit dem roten Bart verheiratet hatte. Er hatte etwas, so etwas nicht Geheures an sich, mit seiner großen Kraft, seinen Falkenaugen und wie er sie ansah. Und dann war da dies Gerücht, aber es war natürlich bloß ein Gerücht, dass er schon mehrmals verheiratet gewesen sei und dass niemand wüßte, was aus seinen Frauen geworden war. Ja, und dann noch die seltsame Geschichte mit dem Schrank, den zu öffnen und in den hineinzusehen, er sie gewarnt hatte. Bis heute hatte sie sich auch daran gehalten, zumal ein Versuch, den Schrank zu öffnen, ergeben hatte, dass er versperrt war. Nun stand sie aber davor mit dem Schlüssel, oder was sie dafür halten zu müssen glaubte, in der Hand. Es war ein Schlüssel, den sie erst vor einer Stunde im Arbeitszimmer ihres Mannes gefunden hatte. Ohne Zweifel war ihm aus der Tasche gefallen und er schien gerade die richtige Größe für die Tür des verbotenen Schrankes zu haben. Sie probierte ihn und es war tatsächlich der richtige Schlüssel. Die Tür ging auf. Im Schrank war allerdings nicht, was sie in ihrem Unterbewusstsein dort zu finden befürchtet hatte, sondern vielmehr etwas viel Bestürzenderes. Relais auf Relais einer, wie es schien, ungeheuer komplizierten technischen Anlage. Nun, mein Liebling, sagte eine spöttische Stimme unmittelbar hinter ihr. Weißt du, was das ist? Sie fuhr herum und blickte ins Gesicht ihres Gatten. Nun, ich glaube, es sieht so aus wie... Genau, meine Liebe. Es ist ein Radioapparat, aber ein äußerst starkes Gerät, mit dem man in Funkverkehr mit dem Planeten Venus treten kann. Ich bin nämlich Venusier, Liebling. Aber ich verstehe nicht, du brauchst auch nichts zu verstehen. Ich kann es dir nunmehr ebenso gut erklären. Ich bin ein Spion von der Venus, Vorhut, wie es sich trifft für eine bevorstehende Erdinvasion. Was glaubtest du, dass ich ein Blaubart bin und dass du hier einen Schrank voll ermorderter Frauen finden würdest? Ich weiß, dass du farbenblind bist. Dein Vater hat dir doch gesagt, dass ich einen roten Bart trage. Gewiss, aber... Aber er hat sich geirrt. Er sah ihn rot, denn jedes Mal, wenn ich dies Haus verlasse, färbe ich mein Haar und mein Bart rot, mit einer Farbe, die leicht weggeht. Zu Hause ziehe ich meine natürliche Haarfarbe vor, grün. Deshalb habe ich mir eine farbenblinde Frau gesucht, denn sie konnte ja den Unterschied nicht erkennen. Aus diesem Grunde habe ich mir immer farbenblinde Frauen gesucht. Er seufzte tief. Leider wurde jede, was meinen Bart betrifft, früher oder später zu neugierig. Fing an, zu viel zu fragen wie du. Aber ich hebe sie nicht in einem Schrank auf. Sie sind alle im Keller vergraben. Seine fürchterlich starke Hand packte ihren Arm. Komm, Liebling, ich werde dir ihre Gräber zeigen. Albtraum in Grün Er erwachte mit der vollen Erinnerung an die Entscheidung, die große Entscheidung, zu der er sich durchgerungen hatte. Eine Entscheidung, an der er eisern festhalten mußte, sollte er sich jemals wieder als Mann fühlen können, als ganzer Mann. Er mußte mit aller Festigkeit von seiner Frau die Einwilligung in die Scheidung verlangen, oder es war alles verloren, und er würde nie wieder den Mut dazu aufbringen. Er erkannte jetzt, daß dieser Wendepunkt in seinem Leben hatte eintreten müssen, daß das im Grunde schon am Beginn ihrer Ehe vor sechs Jahren unvermeidlich gewesen war. Mit einer Frau verheiratet zu sein, die in jeder Hinsicht stärker war als man selbst, war nicht nur unerträglich. Es hatte ihm im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einem hilflosen Schwächling werden lassen. Seine Frau konnte ihn in allem übertreffen, und sie tat es auch. Sportlerin durch und durch, konnte sie ihn leicht im Golf, im Tennis, in allem schlagen. Sie konnte besser reiten und schneller gehen als er. Sie konnte besser einen Wagen fahren, als er es jemals imstande sein würde. Expertin in nahezu allem konnte sie ihn beim Bridge- oder Schachspiel, ja sogar beim Pokern, das sie wie ein Mannbetrieb lächerlich machen. Und was noch schlimmer war, sie hatte nach und nach in seinen geschäftlichen und finanziellen Angelegenheiten die Zügel in die Hand genommen und konnte mehr Geld verdienen, als er je in seinem Leben zu verdienen gehofft hatte. Mit einem Wort, sein Selbstgefühl war in jeder nur denkbaren Weise in den Jahren ihrer Ehe zerschrammt und zerschlagen worden. Bis zu dem Tag, an dem Laura mit ihnen gekommen war. Die süße, lebenswerte kleine Laura, die diese Woche als ihr Gast bei ihnen verbrachte und die alles war, was seine Frau nicht war, zerbrechlich und zart, anbetenswert, hilflos und süß. Er war verrückt nach ihr und wusste, dass sie seine Rettung war. Mit ihr verheiratet konnte er wieder ein Mann sein. Und sie würde ihn heiraten, das spürte er. Sie musste einfach, denn sie war seine einzige Hoffnung. Diesmal musste er den Weg davontragen, was immer auch seine Frau sagen oder tun würde. Er duschte und zog sich rasch an. Er hatte Angst vor der bevorstehenden Auseinandersetzung mit seiner Frau, wollte sie unbedingt hinter sich bringen, solange er sich mutig fühlte. Er ging hinunter und fand seine Frau allein am Frühstückstisch. Sie sah auf, als er eintrat. Guten Morgen, lieber, sagte sie. Laura hat schon gefrühstückt und ist spazieren gegangen. Ich habe sie darum ersucht, um mit dir unter vier Augen sprechen zu können. Gut, dachte er, als er ihr gegenüber Platz nahm. Seine Frau hatte eben gesehen, was mit ihm vorgegangen war und erleichterte die Sache, indem sie sie selbst zur Sprache brachte. »William«, sagte sie, »ich möchte mich von dir scheiden lassen. Ich weiß, dass das für dich ein Schlag ist, aber Laura und ich, wir lieben uns.« Pago. »Walter, was ist ein JC?«, fragte Mrs. Rawlston, ihren Gatten Dr. Rawlston, am Frühstückstisch. »Hm, ich glaube, ein Mitglied der Junior Chamber of Commerce. Ich habe keine Ahnung, ob es das überhaupt noch gibt.« »Warum?« Martha sagte mir, Henry habe gestern etwas gemurmelt von Jaycees, 50 Millionen Jaycees, und als sie ihn gefragt hat, was er damit meint, hätte er nur schauerlich geflucht. Martha war Mrs. Graham, Henry ihr Mann, Dr. Graham. Sie waren ihre Nachbarn und die beiden Ärzte und ihre Gattinnen waren miteinander eng befreundet. »50 Millionen«, sagte Dr. Rawlston nachdenklich, »das ist genau die Zahl der Pagos.« Er musste schließlich wissen, auf ihn und Dr. Graham waren die Pagos, die pathogenetischen Geburten zurückzuführen. Vor zwei Jahrzehnten 1980 hatten sie zusammen das erste Experiment in Bezug auf die menschliche Pathogenese durchgeführt, nämlich die Befruchtung einer weiblichen Zelle ohne eine männliche. Das Ergebnis dieses Versuchs namens John war jetzt gerade 20 und lebte bei den Grahams nebenan. Sie hatten ihn adoptiert, als seine Mutter vor einigen Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Kein anderer Pago war mehr als halb so alt wie John. Erst als John zehn war und offensichtlich gesund und normal, hatte die Regierung ihre Einwilligung dazu gegeben, dass jede Frau, die ein Kind haben wollte oder entweder unverheiratet oder die Frau eines unfruchtbaren Gatten war, dieses Kind durch einzellige Fortpflanzung bekommen konnte. Zufolge des Männermangels, die verheerende Testerosis-Epidemie der 70er-Jahre hatte nahezu ein Drittel der männlichen Erdbevölkerung das Leben gekostet, hatten mehr als 50 Millionen Frauen um einzellig gezeugte Kinder angesucht und solche auch geboren. Zum Glück für die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Geschlechter stellte sich heraus, dass alle Pagos Buben waren. Martha meint, sagte Mrs. Ralston, dass Henry sich Sorgen um John macht. Sie kann sich aber nicht erklären, weshalb. Er ist ein so gutes Kind. Dr. Graham stürzte plötzlich und ohne anzuklopfen in den Raum. Sein Gesicht war kalkweiß, seine Augen waren weit aufgerissen, als er seinen Kollegen anstarrte. Ich habe Recht gehabt, sagte er. Recht in Bezug worauf? In Bezug auf John. Ich habe niemandem etwas gesagt, aber weißt du, was er getan hat, als wir gestern Abend auf der Party nichts mehr zu trinken hatten? Dr. Ralston runzelte die Stirn. Wasser in Wein verwandelt? In Gin. Wir tranken Martinis und jetzt ist er eben weg zum Wasserskifahren. Nur hat er keine Wasserski mit. Wer glaubt, hat er mir gesagt, braucht keine. Oh nein, sagte Dr. Ralston. Er schlug die Hände vors Gesicht. Schon einmal hatte es in der Geschichte eine unbefleckte Empfängnis gegeben. Und jetzt wuchsen fünfzig Millionen unbefleckt Empfangene heran. Nein, schluchzte Dr. Ralston. Nein. Noch nicht das Ende. Das Licht im Metallkasten ließ die totenbleiche Haut des Wesens, das am Kontrolltisch saß, schwach grün erscheinen. Ein einziges facettiertes Auge mitten in der Stirn überwachte die sieben Skalen, ohne zu zucken. Seit sie von Xandor weg waren, hatte dieses Auge nicht ein einziges Mal geblinzelt. Schlaf kannten die Wesen, zu denen Kar 388 Y gehörte, nicht. Auch kein Erbarmen. Ein einziger Blick auf die scharfen, grausamen Züge unter dem Facettenauge würde das gezeigt haben. Die Zeigernadeln der vierten und siebten Skala blieben stehen. Das hieß, dass der Metallkasten selbst im Weltraum, bezogen auf sein unmittelbares Ziel, stillstand. Kar schob seinen rechten oberen Arm vor und legte den Stabilisatorhebel um. Dann erhob er sich und reckte seine verkrampften Muskeln. Er wandte sich an seinen Gefährten im Kasten, ein ähnliches Geschöpf. Wir sind da, sagte er. Erste Station, Stern Z 5689, hat neun Planeten, aber nur ein Drittel davon sind bewohnbar. Hoffen wir, dass es hier Wesen gibt, die wir als Sklaven auf Xander verwenden können. Lal, 16b, der während der Fahrt in strenger Unbeweglichkeit gesessen hatte, erhob sich und streckte sich ebenfalls. Hoffen wir es. Dann können wir nach Xander zurückkehren und werden geehrt, während unsere Flotte kommt, um sie zu holen. Hoffen wir aber nicht zu sehr. Am ersten Ort, an dem wir halten, Erfolg zu haben, wäre ein Wunder. Wir werden wohl an tausend Orten suchen müssen. Kar zuckte die Achseln. Dann werden wir eben an tausend Orten suchen. Da die Lunaks im Aussterben begriffen sind, bekommen wir entweder neue Sklaven oder unsere Bergwerke müssen stillgelegt werden und unsere Rasse stirbt aus. Er setzte sich wieder an den Kontrolltisch und legte einen Hebel um, der ihm zeigen würde, was unter ihm lag. Er sagte, wir befinden uns über der Nachtseite des dritten Planeten. Es liegt außerdem eine Wolkendecke unter uns. Ich werde unsere Sichtgeräte einschalten. Er fing an, Knöpfe zu drücken. Einige Minuten später sagte er, Lal, sieh auf dem Bildschirm. Lichter in regelmäßigen Abständen. Eine Stadt. Der Planet ist bewohnt. Lal hatte seinen Platz am anderen Instrumentensatz eingenommen, an den Kampfinstrumenten. Auch er prüfte nun die Skalen nach. Wir haben nichts zu fürchten. Um die Stadt herum ist nicht einmal die Spur eines Kraftfeldes. Das wissenschaftliche Wissen dieser Rasse ist stümperhaft. Wir können die Stadt mit einer einzigen Salve auslöschen, wenn wir angegriffen werden. Gut, sagte K. Aber ich muss dich daran erinnern, dass Zweck und Ziel unserer Aufgabe nicht die Vernichtung ist, noch nicht. Wir brauchen Muster. Sind sie tauglich, dann kommt die Flotte und holt so viele Tausend ab, wie wir brauchen. Und dann ist noch Zeit genug, nicht nur die Stadt, sondern den ganzen Planeten zu vernichten. So wird ihre Zivilisation niemals so weit kommen, dass sie einen Rachefeldzug gegen uns führen kann. Lal drückte einen Knopf hinein. Na gut, ich werde das Megafeld einschalten, dann sind wir für sie unsichtbar. Außer sie sehen tief ins Ultraviolett hinein und aus dem Spektrum ihrer Sonne schließe ich, dass sie das nicht tun. Als der Würfel tiefer hinabging, veränderte sich innen das Licht von Grün zu Violett und Ultraviolett. Sanft setzte er auf. K. betätigte den Mechanismus für die Luftschleuse. Er trat hinaus. Lal folgte ihm. Schau, sagte K. Zwei Zweibeiner, zwei Arme, zwei Augen. Ähnlich den Lunax, nur kleiner. Nun, da haben wir ja schon unsere Muster. Er hob den unteren linken Arm, dessen Drei-Finger-Hand einen mit Draht umwundenen dünnen Stab hielt. Den deutete er erst auf die eine Kreatur, dann auf die andere. Vom Ende des Stabes strahlte nichts Sichtbares aus, aber beide erstarrten sofort zu Statuen. Sie sind wirklich nicht groß, K., sagte Lal. Ich trage einen zurück, du nimmst den anderen. Im Würfel können wir sie besser studieren, sobald wir wieder im Raum sind. K. sah sich im schwachen Licht um. Na schön, zwei genügen. Eine scheint männlich, das andere weiblich zu sein. Gehen wir. Eine Minute später stieg der Würfel auf und als sie ein gutes Stück über die Atmosphäre hinausgelangt waren, legte K. den Stabilisierungsschalter um und ging zu Lal, der schon während des Aufstiegs mit einer Untersuchung der beiden Muster begonnen hatte. Fünf Paarer, sagte Lal. Fünf Finger mit Händen, die zur relativ besseren Arbeit taugen. Doch machen wir den wichtigsten Test. Intelligenz. K. nahm die Kopfhörerpaare. Er reichte ein paar Lal, der eines auf seinen eigenen Kopf, das andere auf den des Exemplars setzte. K. machte es mit dem anderen Exemplar ebenso. Nach ein paar Minuten starrten sie sich allerdings mit großen Augen an. Sieben Punkte unter Minimum, sagte K. Man könnte sie nicht einmal für die primitivsten Arbeiten in den Gruben anlernen, unfähig die einfachsten Anweisungen aufzufassen. Wir werden sie für das Xander-Museum mitnehmen. Soll ich den Planeten vernichten? Nein, sagte K. Vielleicht werden sie sich in einer Million Jahren, wenn unsere Rasse so lange überlebt, so weit entwickelt haben, um für unsere Zwecke verwendbar zu sein. Fahren wir zum nächsten Fixstern mit Planeten. Der Umbruchredakteur des Milwaukee Star befand sich im Setzraum und überwachte den Abschluss der Lokalseite. Jenkins, der erste Umbruchsetzer, zog Satzleisten ein, um die zweitletzte Spalte aufzufüllen. Wir haben in der achten Spalte noch Platz für eine Notiz, Pete, sagte er. Ungefähr sieben Zeilen. Ich habe da zwei Sachen im Übersatz, die passen würden. Welche soll ich nehmen? Der Umbruchredakteur blickte auf die Lettern im Setzrahmen. Langjährige Erfahrung befähigte ihn, die Schlagzeilen auch verkehrt auf einen Blick zu lesen. Die Konferenzstory und die Zoo-Geschichte, wie? Ach, zum Kuckuck, nimm die Konferenz. Wen interessiert das schon, wenn der Zoodirektor behauptet, dass heute Nacht ein Affenpärchen verschwunden ist? Albtraum in Weiß Er erwachte plötzlich und fragte sich, weshalb er es sich gestattet hatte, abzusacken, da dies doch nicht seine Absicht gewesen war. Er sah schnell auf die Ziffern seiner Armbanduhr. Sie leuchteten hell in der Dunkelheit und er sah, dass es erst ein paar Minuten nach elf war. Er entspannte sich erleichtert. Er hatte nur ganz kurze Zeit geschlafen. Vor weniger als einer halben Stunde hatte er sich hier auf diesem Sofa niedergelegt. Sollte seine Frau wirklich zu ihm kommen, so war es dazu noch zu früh. Sie musste warten, bis sie sicher sein konnte, dass seine Schwester schlief, und zwar tief und fest. Es war eine lächerliche Situation. Sie waren erst seit drei Wochen verheiratet, befanden sich auf der Rückfahrt von der Hochzeitsreise, und das war nun das erste Mal seit der ganzen Zeit, dass er allein schlief. Alles nur, weil seine Schwester, Deborah, absurderweise darauf bestand, dass sie auf der Rückreise bei ihr übernachteten. Es war eine Frage von vier weiteren Stunden im Auto, aber sie hatte nicht locker gelassen und schließlich ihren Kopf durchgesetzt. Debbie hatte freilich nur das eine Schlafzimmer, und er wusste im Voraus, dass er unmöglich auf ihr Angebot, hier draußen zu schlafen und Betty und ihm das Schlafzimmer zu überlassen, eingehen würde können. Es gibt Formen der Gastfreundschaft, die man einfach nicht annehmen kann. Nicht einmal von seiner eigenen, innig geliebten Schwester, die eine alte Jungfer ist. Aber er war dessen sicher oder fast sicher, dass Betty warten würde, bis seine Schwester eingeschlafen war, und dass sie dann zu ihm kommen würde, wenn auch nur für ein paar zärtliche Augenblicke. Sie mochte Hemmungen haben, ihm mehr zu gewähren aus Furcht, Debbie könnte durch einen Laut geweckt werden. Gewiss würde sie zu ihm kommen, wenigstens für einen wirklichen Gute-Nacht-Kuss. Sicher würde sie ... Da! Die Tür öffnete sich leise in der Dunkelheit und schloss sich wieder ebenso ruhig, wobei man nur das schwache Klicken des Türschlosses hörte. Dann vernahm er das sanfte Rascheln ihres Nachthemdes, und dann lag sie mit ihm unter der Decke und presste ihren Körper gegen seinen. Die einzige Konversation war sein gerauntes Liebling, und ihr gehauchtes Schhh. Aber was gab es mehr zu reden? Nichts, überhaupt nichts, in diesen endlosen und doch so kurzen Minuten, bis sich die Tür wieder öffnete, durch deren Spalt diesmal gräles weißes Licht kam, in dem sich die Umrisse seiner Frau abzeichneten, die zur Salzsäule erstarrt dastand und anfing zu schreien. Der letzte Zug Elliot Haig saß allein in einer Bar, wie er zuvor schon in vielen Bars alleine gesessen hatte, und draußen herrschte Dämmerung, eine seltsame Dämmerung. Im Innern der Taverne war es düster und schattig, fast dunkler als draußen. Der blaue Barspiegel steigerte diesen Eindruck noch. In ihm schien sich Haig wie im spärlichen Schein eines blauen Mondes zu sehen. Dunkel, aber klar sah er sich. Nicht doppelt, trotz der zahlreichen Drinks, die er hatte. Nur allein. Sehr, sehr allein. Und wie immer, wenn er ein paar Stunden lang getrunken hatte, dachte er, vielleicht tue ich es dieses Mal. Dieses Es war vage und groß. Es bedeutete alles. Es bedeutete den großen Sprung, vom einen zum anderen Leben zu machen, an das er so lange gedacht hatte. Es bedeutete einfach, einem mittelmäßig erfolgreichen Winkeladvokaten namens Elliot Haig davonzulaufen, allen unbedeutenden Komplikationen seines Lebens davonzulaufen, aller persönlicher Anteilnahme, den rechtlichen Schikanen, die gerade noch innerhalb der Buchstaben des Gesetzes stattfanden oder nicht wahrnehmbare außerhalb. Es bedeutete, das Tau der Gewohnheiten zu kappen, das ihn mit einer Existenz verbannt, die Bedeutung, Sinn und Ansporn verloren hatte. Das blaue Spiegelbild deprimierte ihn, und er spürte stärker als sonst das Bedürfnis, weiterzuziehen, anderswohin zu gehen, und sei es nur auf einen weiteren Drink. Er trank den letzten Schluck seines Highball und glitt vom Hocker auf den festen Boden. Er sagte, auf Ballshow, und ging zur Tür. Der Barkeeper sagte, muss irgendwo ein großes Feuer sein. Sehen Sie sich den Himmel an. Ich frage mich, ob es der Holzlagerplatz am anderen Ende der Stadt ist. Der Barkeeper beugte sich zur Fensterfront und sah hinaus und hinauf. Haig sah ebenfalls empor, als er draußen war. Der Himmel war grau-rosa, wie vom Leuchten eines fernen Feuers. Aber es überzog den ganzen Himmel, ohne dass er von seinem Platz aus den Ursprung des Flammenherds feststellen konnte. Er ging ziellos nach Süden. Das ferne Heulen einer Lokomotive drang an sein Ohr und erinnerte ihn wieder. Warum nicht, dachte er, warum nicht heute Nacht? Der alte Impuls, Geist von tausenden unbefriedigten Abenden, war heute Nacht stärker. Er ging gerade so auf den Bahnhof zu. Aber das hatte er schon früher getan. Oft. Oft war er so weit gegangen, wie um abfahrenden Zügen nachzusehen, und er hatte gedacht, während er jedem nachsah, ich sollte in diesem Zug sein, ohne jemals wirklich einzubetreten. Einen halben Block vom Bahnhof entfernt hörte er das Läuten der Glocke, das Zischen des Dampfes und das Anfahren des Zuges. Selbst wenn er sich diesmal getraut hätte einzusteigen, er hätte ihn verpasst. Und plötzlich wurde ihm bewusst, dass es heute anders war, dass er es heute schaffen würde, nur mit der Kleidung, die er anhatte, dem Geld, das er in den Taschen bei sich trug. So, wie er es immer vorgehabt hatte. Der Schlussstrich. Sollten sie ihn als vermisst melden, sollten sie sich wundern, sollte ein anderer das Durcheinander beseitigen, da sein Geschäft ohne ihn laufen müsste. Walter Yates stand vor der offenen Tür seiner Taverne, ein paar Schritte vom Bahnhof entfernt. Er sagte, Hallo, Mr. Haig. Herrliches Nordlicht heute Nacht. Das Schönste, das ich je gesehen habe. Ist es das? fragte Haig. Ich dachte, es wäre die Spiegelung eines großen Feuers. Walter schüttelte den Kopf. Nee, sehen Sie nach Norden. Dort ist der Himmel irgendwie fiebrig. Das ist das Nordlicht. Haig wandte sich um und sah nordwärts die Straße entlang zurück. Das rötliche Glühen in dieser Richtung war, ja, fiebrig beschrieb es ausgezeichnet. Es war auch wunderschön, doch ein wenig furchteinflößend, auch wenn man wußte, was es war. Er drehte sich wieder um und ging an Walter vorbei in die Taverne, wo er fragte, haben Sie einen Drink für einen durstigen Mann. Später, während er den Highball mit einem Glasstab umrührte, fragte er, Walter, wann geht der nächste Zug? Wohin? Irgendwohin. Walter sah auf die Uhr. In ein paar Minuten. Er müsste jeden Augenblick einlaufen. Zu früh. Ich möchte diesen Drink noch leeren. Und der nächste? Nach diesem? Es fährt einer um 22.14 Uhr. Vielleicht ist das der letzte heute Nacht. Jedenfalls vor Mitternacht. Dann schließe ich, daher weiß ich es nicht. Wohin fährt... Warte, sagen Sie mir nicht, wohin er fährt. Ich will es nicht wissen. Aber ich werde mitfahren. Ohne zu wissen, wohin er fährt? Ohne mich darum zu kümmern, wohin er fährt, verbesserte Haig. Sehen Sie, Walter, es ist mein Ernst. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun. Wenn Sie in der Zeitung lesen, dass ich verschwunden bin, dann erzählen Sie niemandem, dass ich heute Nacht hier gewesen bin oder was ich Ihnen erzählt habe. Ich wollte es niemandem erzählen. Walter nickte feierlich. Ich kann die Klappe halten, Mr. Haig. Sie waren ein guter Kunde. Meinetwegen wird man sie nicht aufspüren. Haig schwankte ein wenig auf dem Barhocker. Sein Blick konzentrierte sich auf Walters Gesicht, und er sah ein leises Lächeln. Diese Unterhaltung hatte ein beunruhigendes Flair, der Vertrautheit. Es war, als hätte er dieselben Worte schon früher gesagt und dieselben Antworten erhalten. Er fragte scharf, habe ich Ihnen das schon früher gesagt, Walter? Wie oft? Oh, sechs, acht, vielleicht auch zehnmal. Ich erinnere mich nicht. Haig sagte, oh Gott, leise. Er sah Walter an, und Walters Gesicht verschwamm und teilte sich in zwei Gesichter, und es war anstrengend, sie wieder zu einem Gesicht zusammenzuführen. Das Verhalten lächelte, ironisch und tolerant. So war es schon öfters als zehnmal gewesen. Er wusste das. Walter, ich bin ein Versager. So würde ich sie nicht nennen, Mr. Haig. Sie trinken eine Menge, ja, aber... Er wollte Walter nicht mehr ansehen. Er sah hinab auf sein Glas und stellte fest, dass es leer war. Er bestellte ein neues, und während Walter es holte, betrachtete er sich im Spiegel hinter der Bar. Gott sei Dank, kein blauer Spiegel. Es war schlimm genug, zwei Ebenbilder von sich im normalen Spiegel zu sehen. Die Zwillingsbrüder Haig und Haig. Aber das war mittlerweile ein alter Scherz mit sich selbst. Und das war einer der Gründe, weshalb er diesen Zug nehmen würde. Würde, bei Gott, betrunken oder nüchtern, er würde an Bord sein. Aber auch dieser Satz hatte eine unangenehme Vertrautheit. Wie viele Male. Er sah in das zu einem Viertel volle Glas hinab, und beim nächsten Mal war es halb voll, und Walter sagte, »Vielleicht ist es ein Feuer, Mr. Haig, ein großes Feuer. Es wird zur Hilfe ein Nordlicht. Ich gehe einen Augenblick hinaus.« Aber Haig blieb auf dem Hocker, und als er wieder aufsah, stand Walter hinter der Bar und drehte am Radio. Haig fragte, »Ist es ein Feuer?« »Muss so sein. Ich werde die 10.15 Uhr Nachrichten hören, um es herauszufinden.« Aus dem Radio plärte Jazz, eine hochschwebende, nervöse Klarinette über gedämpften Blechblasinstrumenten und einem rastlosen Schlagzeug. »Müssen in einer Minute kommen. Das ist der Sender.« »Müssen in einer Minute kommen.« Er fiel fast hin, als er vom Hocker sprang. »Dann ist es 22.14 Uhr?« Er wartete die Antwort nicht ab. Der Boden schien ein wenig zu wanken, während er zur Tür strebte. Nur ein paar Schritte bis zum Bahnhof. Er konnte es schaffen. Er konnte es tatsächlich schaffen. Plötzlich war es, als hätte er überhaupt nichts getrunken, und sein Verstand war kristallklar, wie sehr seine Füße auch stolperten. Und Züge fuhren selten zur exakten Uhrzeit. Und Walter konnte zwar in einer Minute gesagt, in Wirklichkeit aber zwei oder drei gemeint haben. Er hatte eine Chance. Er stürzte auf der Treppe, stand auf und eilte weiter. Er hatte nur Sekunden verloren. Am Fahrkartenschalter vorbei, die Fahrkarte konnte er im Zug kaufen, und durch die Hintertür auf den Bahnsteig das Tor und die roten Heckscheinwerfer eines Zuges nur Meter, aber hoffnungslose Meter entfernt. Zehn Meter. Hundert. Verschwindend. Der Schaffner stand am Bahnsteig und sah dem abfahrenden Zug nach. Er musste Heckschritte gehört haben, denn er sagte über die Schulter, »So dumm, Sie haben ihn verpasst. Das war der Letzte.« Hecks sah plötzlich die komische Seite und fing an zu lachen. Es war einfach zu lächerlich, um ernst genommen zu werden, die Winzigkeit, um die er diesen Zug verpasst hatte. Außerdem würde ein Frühzug fahren. Er musste nur in das Bahnhofsgebäude zurückkehren und warten bis... Er fragte. »Wann geht der erste Zug morgen früh?« »Sie verstehen nicht«, sagte der Schaffner. Zum ersten Mal drehte er sich um, und Hecks sah sein Gesicht vor dem scharlachroten, flammenden Himmel. »Sie verstehen nicht«, sagte er. »Das war der letzte Zug.« Brief aus dem Jenseits. Leverty stieg durch das offene Fenster, das bis zum Boden reichte, und überquerte lautlos den Teppich, bis er hinter dem grauhaarigen Mann stand, der an seinem Schreibtisch saß und in seine Arbeit vertieft war. »Hallo, Abgeordneter«, sagte er. Der Kongressabgeordnete Quinn wandte ihm das Gesicht zu und erhob sich dann furchtbebend, als er den Revolver sah, den Leverty auf ihn gerichtet hielt. »Leverty«, sagte er, »seien Sie kein Narr«, Leverty grinste. »Ich habe Ihnen gesagt, dass es eines Tages soweit kommen würde. Ich habe vier Jahre drauf gewartet, jetzt kann nichts mehr passieren.« »Sie werden damit nicht durchkommen, Leverty. Ich habe einen Brief hinterlegt, der zugestellt wird, falls man mich jemals umbringt.« Leverty lachte. »Sie lügen, Quinn. Wie könnten Sie das getan haben, ohne sich selbst bloßzustellen, wenn Sie mein Motiv offenbaren? Sie können doch nicht einmal wollen, dass man mir den Prozess macht und mich aburteilt, denn die Wahrheit würde herauskommen und Ihren Ruf für immer ruinieren.« Leverty drückte sechsmal ab. Dann ging er zurück zu seinem Wagen, fuhr langsam über eine Brücke, von wo er die Waffe in den Fluss warf und dann nach Hause. Kurz darauf lag er im Bett. Er schlief friedlich, bis die Türklingel schrillte. Er schlüpfte in einen Bademantel, ging an die Wohnungstür und öffnete. Sein Herz stand still und blieb auch weiterhin stehen. Der Mann, der ihn herausgeläutet hatte, war überrascht und schockiert, tat aber das einzig Richtige. Er stieg über Leverty's Leiche und drang in die Wohnung ein, rief die Polizei an und wartete. Nachdem Leverty's Tod von der Polizei kontrolliert worden war, befragte ein Polizist den Mann. »Name?« »Oh, Babcock, Henry Babcock. Ich hatte Mr. Leverty einen Brief zu überbringen. Diesen Brief hier.« Der Inspektor nahm den Brief, zögerte einen Augenblick, resten an den Umschlag auf und entfaltete ein Blatt. »Aber das ist ja nur ein leeres Blatt Papier.« »Ich weiß darüber nichts, Inspektor. Mein Boss, der Kongressabgeordnete Quinn, gab mir diesen Brief vor langer Zeit. Mein Auftrag lautete, ihn bei Leverty unverzüglich abzugeben, falls dem Abgeordneten jemals etwas Ungewöhnliches zustoßen sollte. Als ich nun im Radio hörte...« »Ja, ich weiß, er wurde heute später am Abend ermordet aufgefunden. Als was waren Sie denn bei ihm beschäftigt?« »Tja, das war ein Geheimnis. Aber das wird wohl jetzt keine Rolle mehr spielen. Ich musste ihn immer bei unbedeutenden Ansprachen und Versammlungen vertreten, an denen er nicht teilnehmen wollte. Ich war nämlich sein Doppelgänger, wissen Sie?« Der Solipsist Walter B. Jehova, für dessen Namen ich mich nicht entschuldige, weil er nun einmal wirklich so hieß, war Zeit seines Lebens ein Solipsist gewesen. Ein Solipsist, falls Sie das Wort zufällig nicht kennen, ist jemand, der glaubt, dass er das Einzige ist, was es wirklich gibt. Dass andere Leute und das Weltall im Allgemeinen nur in seiner Einbildung existieren. Und das hörte er auf, sie sich vorzustellen, sie auch aufhören würden zu existieren. Eines Tages wurde Walter B. Jehova ein praktizierender Solipsist. Innerhalb einer Woche war seine Frau mit einem anderen Mann durchgebrannt, hatte er seinen Posten als Angestellter einer Schifffahrtslinie verloren und sich obendrein den Fuß gebrochen, als er eine schwarze Katze verscheuchte, auf das sie ihm nicht über den Weg laufe. In seinem Spitalbett beschloss er, allen ein Ende zu setzen. Wie er aus dem Fenster sah und zu den Sternen emporstarrte, wünschte er sie aus dem Dasein hinaus und sie waren nicht mehr da. Dann wünschte er alle anderen Menschen aus dem Dasein und im Spital wurde es sonderbar still. Selbst für ein Spital. Als nächstes kam die Welt an die Reihe und da fand er sich selbst in einem Nichts hängend, entledigte sich auch seines Körpers auf die gleiche leichte Art und unternahm dann die letzten Schritt, nämlich sich selbst aus dem Dasein hinaus zu wollen. Nichts geschah. Sonderbar, dachte er. Kann es eine Grenze des Solipsismus geben? Ja, sagte eine Stimme. Wer bist du? fragte Walter Beechehofer. Ich bin der, der das Universum schuf, das du gerade aus dem Dasein hinausgewollt hast. Und nun, da du meine Stelle eingenommen hast, ein tiefer Säufzer, kann ich endlich meine eigene Existenz aufgeben, der Vergessenheit einheimfallen und dich das Ganze übernehmen lassen. Aber wie kann ich aufhören zu sein? Das versuche ich nämlich zu erreichen, weißt du? Ja, ich weiß, sagte die Stimme. Du musst das so machen wie ich. Ein All schaffen, warten, bis jemand darin wirklich glaubt, was du geglaubt hast und es dann aus dem Dasein will. Dann kannst du dich zurückziehen und ihn das Ganze übernehmen lassen. Und jetzt? Leb wohl. Die Stimme war dahin. Walter Beechehofer war allein im Nichts und es gab nur etwas, was er tun konnte. Er schuf den Himmel und die Erde. Er brauchte sieben Tage dazu. Das Urteil Charlie Dalton, Raumfahrer vor dem von der Erde, hatte innerhalb einer Stunde nach seiner Landung auf dem zweiten Planeten des Antares einen äußerst schwerwiegenden Verstoß gegen die Gesetze begangen. Er hatte einen Antarier getötet. Nun ist auf den meisten Planeten Mord ein Vergehen. Auf einigen ist er eine lobenswerte Tat. Aber auf Antares II ist er ein Kapitalverbrechen. Ich verurteile sie zum Tode, sagte der würdevolle antarische Richter. Tod durch Schallfeuergewehr, morgen bei Tagesanbruch. Eine Berufung gegen dieses Urteil wurde nicht zugelassen. Charlie wurde in die arme Sündersuite gebracht. Diese hatte, wie sich herausstellte, 18 palastartige Räume, von denen jeder mit einem breiten Assentiment an Essbarem und an Getränken, an Couches und an allem anderen, das man sich nur denken konnte, ausgestattet und zwar wohl ausgestattet war. Einschließlich einer schönen Frau auf jeder Couch. Ich wäre verrückt, sagte Charlie. Der antarische Wächter verneigte sich tief vor ihm und sagte, es ist zu Brauch auf unserem Planeten. Für die letzte Nacht eines zum Tode im Morgengrauen Verurteilten werden diese Dinge zur Verfügung gestellt. Es wird ihm jeder erdenkliche Wunsch erfüllt. Das zahlt sich beinahe aus, meinte Charlie. Sagen Sie, ich war gerade erst gelandet, als ich in diese Geschichte hineingeriet und ich habe in meinem Planetenhandbuch nicht nachgelesen. Wie lange dauert eigentlich eine Nacht hier, Herr Robben? Wie viele Stunden braucht dieser Planet, um sich einmal um seine Achse zu drehen? Stunden? staunte der Wärter. Das muss ein Erdausdruck sein. Ich werde beim königlichen Astronomen anrufen und einen Zeitvergleich zwischen Ihrem Planeten und dem Unseren anfordern. Er rief an, stellte seine Frage, hörte auf die Antwort und sagte dann zu Charlie Dalton, Ihr Planet Erde vollführt 93 Umläufe um Ihre Sonne Sol während einer Dunkelheitsperiode auf Antares 2. Eine unserer Nächte entspricht also 93 Jahren bei Ihnen. Charlie pfiff leise vor sich hin und fragte sich, ob er wohl so lange leben würde. Der antarische Wächter, dessen Lebensspanne ein wenig mehr als 20.000 Jahre betrug, verbeugte sich im schwermütigen Mitgefühl und zog sich zurück. Charlie Dalton aber begann die Tretmühle, der für ihn schier endlos lange Nacht des Essens, Trinkens und so weiter, wenn auch nicht genau in dieser Reihenfolge. Die Frauen waren sehr schön und er war lange Zeit im Weltraum gewesen. Der Posten Er war durchnässt und voll Kot. Er hatte Hunger. Ihm war kalt und er war 50.000 Lichtjahre weit weg von zu Hause. Eine sonderbare blaue Sonne gab hier Licht und die Schwerkraft, das zweifache dessen, woran er gewöhnt war, machte jede Bewegung zur Qual. Aber seit Zehntausenden von Jahren hatte sich an dieser Seite des Krieges nichts geändert. Die Knaben von der Luftwaffe mit ihren schnittigen Raumschiffen und ihren Superwaffen, die hatten es prima. Wenn es hart auf hart ging, natürlich, da war es immer noch der Lanzer, die Infanterie, die den Boden erobern und halten musste. Jeden beschissenen Fuß breit Boden. Wie diesen verdammten Planeten von einem Stern, von dem er nie etwas gehört hatte, bis sie ihn hier absetzten. Und jetzt war es auf einmal heiliger Boden, weil die Fremden auch da waren. Die einzige andere intelligente Rasse im Milchstraßensystem. Grausame, fürchterliche und abstoßende Monster. Es hatte nahe dem Zentrum der Milchstraße Feindberührung mit ihnen gegeben, nachdem mehr als tausend Planeten langsam und mühevoll erobert worden waren und es war Krieg auf den ersten Blick. Sie schossen, ohne überhaupt Verhandlungen oder einen Friedensschluss zu versuchen. Jetzt musste es ausgekämpft werden, Planet um bitteren Planeten. Er war durchnässt und voll Kot, er hatte Hunger, ihm war kalt und der Tag war rau von einem schrillen Wind, der ihm in den Augen wehtat. Aber die Fremden versuchten einzudringen und jeder Posten war lebenswichtig. Er blieb wachsam und hatte sein Gewehr bereit. 50.000 Lichtjahre weg von zu Hause kämpfte er auf einer fremdartigen Welt und fragte sich, ob er jemals ein Wiedersehen mit der Heimat erleben würde. Und dann sah er einen von ihnen auf sich zugriechen. Er zielte und feuerte. Der Fremde gab diesen sonderbaren, fürchterlichen Laut von sich, den sie alle ausstoßen und lag dann bewegungslos da. Er schauderte bei dem Laut und beim Anblick des Fremden, der dort lag. Man hätte sich eigentlich nach einiger Zeit an sie gewöhnen müssen, aber ihm war es niemals möglich gewesen. An diese abstoßenden Geschöpfe mit nur zwei Armen und zwei Beinen, mit dieser totenbleichen weißen Haut und ganz ohne Schuppen. An diese abstoßenden Geschöpfe mit nur zwei Beinen,